War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Pauli hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant. Aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor alle Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge durcheinander. Morello versucht sich den Weg da raus zu bahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Ja, das wird ja bestimmt ganz spaßig jetzt. Freue ich mich schon drauf. Weißt du nicht, wie wir das alles hinkriegen sollen, wenn wir vom Theater sind. Und da kommt er raus. Und wir stehen da mit der Thompson. Und wir stellen dir sich das vor. Ja, mach bloß die Tür zu, Matrose. Sonst zieht's hier noch rein. So, wir laufen, ey. Was gedrödeln die denn da? Ey, was machst du denn da, Vincenzo? Ey, der raucht sich eine hier draußen, ne? Na, na, na. Ja, genau. Schreiß, schmeiß ne Zigarette aufs Gitter und die bleibt genau da hängen. Puh. Eh nicht. Na, komm. Hallo, Vincenzo. Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Och, Mann, ey. Ich krieg natürlich wieder wie immer den Schrott, ey. Dieser blöde Teil da, ey. Abgesägte Schrottfinder. Wollte ich nicht haben, ey. Ich will dat nicht. Ich will dat einfach nicht, weil dat einfach so'n Scheiß ist. Da haben wir auch noch ein paar Karren, ne? Nehmen wir mal die hier. Steht hier schon so schön. Einsteigen, Ladies. Oh, hab ich auch noch nie gesehen, dass der mal links hinten eingestiegen ist. Der Pauli muss ja mal vorne sitzen, der Sack. Der Pauli. So, Vollgas. Raus hier. Ups. Na, komm. Jetzt Ladebalken. Ja, heul. Kennt ihr ja schon. Okay, wir müssen da hin. Okay, wir müssen da hinten hin. Über die Brücke. Fahne bei oben her, glaub ich. Ja. Durch den Tunnel. Okay, neun Uhr. Wir haben keine Uhrzeit. Ich wollte schon grad auf die Uhr gucken, aber ohne Zeitlimit. Oh, wir sollen uns eigentlich beeilen, meinte der Salieri. Hier rechts. Oh, ist grad die Sonne am untergehen. Da ist schon neun Uhr. Okay, wenn Sommer ist, dann geht's ja eigentlich. Passt das ungefähr. So, wir driften jetzt mal. Guck mal. Boah. Ups. Naja, das hat keiner gesehen. Keiner ist verletzt worden. Egoool. Gehen wir mal Gas. Gucken wir mal, wie schnell wir sind. Wo ich eigentlich keinen Bock hab jetzt hier auf ne Auseinandersetzung mit dem Bull, ne. Ich glaub nicht, dass die irgendwie hier entgegenkommen, weil... Wir sind hier zu dritt. Wenn die dann auf uns irgendwie schießen oder versuchen uns anzuhalten, das ist, glaub ich, sauber ist, wenn die beiden mit der Thompson draufballern, ne. So, wir sind ja schon fast da. Guck doch mal. Ging ja flott. Da vorne müssen wir links. Scheiße. Er haut schon ab. Er haut schon ab. Oh shit. Scheiße. Was machen wir jetzt? So. Komm, Vollgas. Was macht der da, Alter? Oh, das bringt doch eh nix, wenn er gefreitzt hat, wenn er eine Panosine hat. Ach, der ist jetzt immer nach rechts rüber gerutscht. Der Sam. Leute, shit, die Karre ist ein bisschen lahm von uns. Alter, was hat der für einen Motor, ey. Gib Gummi. Komm, Vollgas. Boah, 60, ey. Scheiße. Der Raster ist ab, ey. Ohne Rücksicht auf Verluste. War auch voller Scheißplan, ey. Da hätten wir mal ne Bombe drunter stellen müssen. Wo schießt ihr denn hin, Jungs? Ich schieße alles kaputt nur durch ihn, ey. Oh, die Bullen. Hey, habt ihr gesehen? Die machen gar nichts. Die sind mit über 100 kmh. Oh, ich dachte schon, der fährt gerade aus. Das sah so aus, ey. Es ist aber cool, dass die von links nach rechts hüpfen können. Zum Sitz. Oh, fuck, ey. Wo fährt der denn hin, ey? Ich ahne böse, ich glaube, der fährt gleich gerade aus. Oder wo wohnt er? Der wohnt doch hier irgendwo. Oh, jetzt die Bullen. Geil, gerade der Polizist hat nichts gemacht. Und jetzt die Bullen verfolgen uns. Oh, Mann. Die Kamera ist nicht besonders schnell, ey. Die fährt zwar über 100, aber... Aber fährt echt gerade aus. Oh, das wird ja ne Verfolgungsjagd, ey. Okay, bitte warten. Creme de la Creme. Verfolge und töte Morello. Komm, dann schieß ihn mal platt. Schieß auf die Reifen. Wenn ich schieß, mach das selber, ey. Oh, ihr habt gesehen, Schrotfilter bringt nichts. So, ich muss das selber machen. Oh, shit. Ah, der ist zwar getroffen. Oh, was macht der denn hier? Hä, was ist das denn? Ist das doch der Flughafen, oder nicht? Hä? Der will auf dem Flughafen? Wo fährt der hin? Was ist? Macht der. Was zum Teufel ist los? Oh, nee. Okay, 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 wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Tom, steig aus und lauf ihn hinterher. Vielleicht schickst du sie ja zu Fuß. Ja, genau, Schlaf zu Fuß hinterher. Und dann noch mit so einer beschissenen Waffe, ey. Abgesägte Schrotflinte. Und dann noch drei Schuss von der Pistole. Oh, nee, nee, nee. Ja, die bleiben wieder stehen. Oh, das ist doch wundervoll. Immer dasselbe Spiel. Wir müssen den... Boah. Was siehst du denn? Oh, Alter. Ich muss aber nachladen ohne Ende. Shit, ey. Komm, lad nach, Junge. Da haben wir jetzt aber wem jetzt eine Pistole. Hä, hä, hä. Was ist das für ein Balken da oben über unseren Kopf? So, die Sport-Special nehmen wir mal. Ah, jetzt können wir hier drüber klettern. Den nehmen wir auch. Hä? Keine Ahnung, was das für ein Balken ist über unseren Kopf. Sorry, das weiß ich jetzt nicht. Da steht das Auto auf jeden Fall von denen. So, ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich hier sind irgendwelche Typen. Da ist keiner, Alter. Hä, das Auto ist leer. Toll, hab ich mir schon gedacht, dass hier keiner ist. Ja, Mann, ey. Da vorne ist ein Auto. Schnappen wir uns mal. Warum fährt er auf dem Flughafen, der Muralo? Mann. Wer ist das überhaupt da drin? Los, Tom, steig ein. Wir schließen sie ab. Mach schon, sie hauen ab. Ach so. Hä, jetzt läuft die Karre wieder raus. Nimm die Thompson. Versuch, sie abzuknallen. Ja, gib her. So, Thompson. Wo sind die denn? Mit dem Flugzeug oder was? Komm schon, Schrotthaufen. Halte durch. Wo fährt der hin, Alter? Kommt gleich ein Flugzeug entgegen, oder was? Hä? Was müssen wir denn jetzt schießen? Check ich nicht. Verdammt, Pauly. Verdammt. Oh, scheiße. Mann, wir haben Schwierigkeiten. Verdammt. Das war ein Grafikfehler, glaube ich. Aber ich habe nichts gesehen, wo ich irgendwo draufschießen konnte. Das war ja nichts. Teufel. Morales entkommen. Was ein Schwachsinn, ey. Was ist? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Ahnung. Ich steige jetzt da raus. Der Wagen will einfach nicht. Okay, okay, okay. Wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Komm, steig aus und lauf ihn hinterher. Vielleicht kriegst du sie ja zu Fuß. So, nehmen wir mal das Ding hier. Gerade kamen die hier zuhauf. Komm, dreh die Karre, Fotzen. Oh, fuck. Ach, da, ey. Da ist das Flugzeug. Jetzt sehe ich es erst. So, Colt 9-11. Ey, jetzt sehe ich das Flugzeug da hinten. Komm, 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 komm. Ach, deswegen, weil ich da hinten noch rumgelaufen bin. Los, Tom, steig ein. Wir schießen sie ab. Ah, jetzt weiß ich es. Mach schon, sie hauen ab. Nimm die Thompson. Versuch, sie abzuknallen. Wir sind unlogisch gerade. So, ey. Ach, fuck. Hier ist Thompson. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh, nee, komm schon. Noch ein Schuss. Was gibt's doch nicht. Was gibt's doch nicht, ey. Sind entgegengekommen? Äh, entgegengekommen. Oh, ach, toll, ey. Das ist doch zu kurz, ne. Das ist ein Scheiße, ey. Oh, ey, man muss... Oh, Mann, ey. Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Das Blödsinn, ne. Mit dem Wagen, ey. Hat sich voll die Scheiße... Das gestellt, die Szene. Hat sich mal ein bisschen anders machen können, ne. Die Frage ist, wie Pauli da drauf reinkommt, weil da ist kein Tor und nix. Schieß doch drauf, ey. Verdammt. Ach, hier fährt er durch. Komm, 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 komm. Shit, shit, shit. Oh, lauf doch, Junge. Lauf doch. Lauf. Oh, ey, jetzt schießt mir voll ins Bein, ey. Komm, steig ein, ey. Nimm die Thompson. Versuch, sie abzuknallen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich muss auf jeden Fall auf die Motoren schießen. Dann geht das. Komm schon, Schrottaufen. Halte durch. Ey, ist doch platt jetzt, das Ding. Ey, das Ding ist platt. Verdammt nochmal. Was soll das? Ja, komm, das Ding muss eigentlich abstürzen. Sam, schieß! Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Pauli! Wow! Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mit so schmutzig. Oh Gott, ey. War der überhaupt... War der überhaupt... Na komm, steigen wir mal ein. War der überhaupt da drin? Und dann frage ich mich jetzt gerade... Und dann frage ich mich jetzt gerade, dass das irgendwie so ein Enttäuschungsmanöre ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich spiele das Spiel nicht blind, aber ich weiß es nicht mehr, ob der da wirklich drin war oder... Das ist eine sehr gute Frage jetzt. Schön, dass die da hergekommen sind einfach, ja. Wo wir letztes Mal hier auf dem Flughafen waren, dann ging das nicht, ja. Ja, aber die müssen ja auch irgendwie rein und raus, ne. Das hätten wir ja die Szene gar nicht machen können. Hier waren so Poilers auch, glaube ich, ne. Oder ging das? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie bin ich verwirrt. Weil ich bin mir nicht sicher. Fahrt zurück zu Salieres Bar oder schau auf dem Weg bei Lucas Tartone vorbei. Sogar zu dritt sind wir diesmal. Ich gebe alles, ey. Ich gebe Vollgas, was die KW kann. Ja, ey. Ich bin mir immer noch echt überlegen, ob der dieser Morello da überhaupt drin war. Bin mir nämlich nicht sicher, ey. Es wäre ja viel zu einfach gewesen. Tonight, Othello. Irgendeine Reklame. So, wir fahren auf jeden Fall bei Lucas diesmal vorbei. Letzt Mal waren wir da nicht. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es zwei Möglichkeiten gab, diesen Morello umzulegen. Ich werde das auf jeden Fall nach dieser Mission mal googeln. Ich bin mir nämlich sicher, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass es da zwei Missionen gibt. Also zwei Arten, wie Morello da umkommt. Wenn ich gerade sage, wenn er umkommt, dann ist er wahrscheinlich doch echt tot. Ich werde irgendwelche Hirngespenste, die ich mir gerade da irgendwie zusammentun. Dann gucke ich nochmal und wenn das so sein sollte, spiele ich auf jeden Fall die andere Art auch nochmal. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es noch so einen anderen Weg gibt. Aber was man da genau machen muss, keine Ahnung. Ich meine nämlich damals, wo ich das Spiel mal gespielt habe, was wie gesagt schon zehn Jahre her ist. Da habe ich irgendwie im Kopf, dass es irgendwie noch was anderes gab. Anderen Trick wie der Morello. Hey Tom, ich bin kaputt. Lass uns vor der Bar raus und komm dann später wieder. Warte, dein Ernst? Oh, halt. Bescheuert, ey. Muss man doch vorher sagen, ey. Oh Mann. So ein Scheiß, ey. Na, wenn ich jetzt schon bei der Bar bin, dann fahre ich aber nicht nochmal hier hin. Das ist ja blöd. Ne, das machen wir dann auf jeden Fall nicht. Oh, geht die Sonne schon auf, oder was? Ey, es ist noch dunkel. Oh, die hätten nochmal ein Auto warten können oder selber nach Hause fahren können, die Vögel, ey. Ich bin kaputt, ey. Sie sind kaputt von einer halben Stunde Arbeit, ja. Oh Mann, ey. Du, 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 du. Ich glaube, wir fahren trotzdem noch nochmal zurück. Überlege ich mir gleich. Machen wir es ganz spontan. Eigentlich ist das blöd, ey. Wenn wir nochmal irgendein Auto sauseln lassen. Wer weiß, was der Luca diesmal hat für Karren, ey. So, hier rechts. Fahren wir mal durch den Tunnel. Komm. Ich muss auf jeden Fall gleich mal, wenn die Mission zu Ende ist, direkt mal gucken, wie man auch noch den Morello umlegen kann. Und dann werde ich das nochmal auch hochladen als Alternative. Hier müssen wir links. Können wir uns wieder verklappern. So, links, rechts, rechts, rechts. Das ist blöd, ey, dass wir die jetzt extra zurückfahren mussten, ne. Voll nervig. Dann kommen wir da eigentlich durch. Also eine Gasse. Lohnt sich da jetzt noch wieder zurückzufahren? Ich weiß nicht, ey. Ich glaube nicht, ey. Wie gesagt, hab ich auch keine Lust da jetzt nochmal hinzufahren, ey. Es geht eh eigentlich um die Story und nicht um irgendwelche Autos, die wir dann fahren können. Ich glaube, das machen wir deswegen nicht. Aber ich werde mich auf jeden Fall mal darum kümmern, da um die andere Alternative da mit Morello. So, da gucke ich nochmal ganz genau nach. So, rückwärts schön ein. Ey. Leute, ich wollte gerade rückwärts einparken, ey. Das ist die Ungeduldige. Was soll ich denn mal sagen? Ich mache hier immer die halbe Arbeite. Faulen Hunde. So, da sind wir. Aussteigen. Boah, das Ding will ich mal auf jeden Fall loswerden hier. So, warte mal, wie heißt der Teil? Bringt nichts, das ist Schrottkarre. Bolt V8 Roadster. So. Brauchst du? Bolt V8 Roadster, hier ist halt auch Schlösser. So, was kann man noch für Karren entfernen? Die Karre ist eigentlich auch unnötig. Obwohl, die ist auch so Mafia. Da ist nochmal so ein schwarzer. Zwei Stück können wir davon nur noch... Die ist voll hässlich, ey. Was ist das für ein Ding? Ulva, Airstream, Faller. Okay, das können wir auch noch entfernen. Wie gesagt, ich kümmere mich mal drum. Guck mal genau, was da noch für ein Ende ist. Ulva, Airstream, Faller, Gelb. Okay, ja gut. Jetzt packen wir das Ding auf den Boden. Hä? Bis zur nächsten Mission.